Zwischen dem 25. Juli und 3. August 1943 findet ein Vernichtungsschlag statt, der alles zuvor in den Schatten stellt. An der angloamerikanischen Operation sind 3000 Flugzeuge beteiligt. Es sind die bis dahin schwersten Angriffe in der Geschichte des Luftkriegs, die der britische Luftmarschall Arthur Harris verantwortet. Der Ausbau der Flak konnte ab 1943 nur durch den massiven Einsatz von Hitlerjungen erreicht werden. Auch das hilft nicht. Die Übermacht ist zu groß. Die englische Militärsprache ist um eine Vokabel reicher. Hamburgisieren. Die systematische Vernichtung einer Stadt. Gezielt eingesetzte Brandbomben bilden einen Feuersturm, der auf seinem Weg alles und jeden vernichtet. Rotenburgsort, Hammerbrook und Borgfelde, die Altstadt von Altona, werden fast vollständig zerstört. Die anderen Bezirke schwer getroffen. Die Flugzeuge werfen zehntausende Minen und Sprengbomben, sowie drei Millionen Brandbomben. Eine Viertelmillion Wohnungen werden zerstört. Es sterben Zehntausende. 900.000 Hamburger werden obdachlos. Es ist die größte Katastrophe, die Hamburg in seiner Geschichte erlebt hat. Die Flugzeuge schwarzscheltebenin und Sprengbomben. Die Flugzeuge haben wir zerstört. Es ist die größte Katastrophe, die wir nie in der Zeit waren. Die Flugzeuge haben wir von den lastigen Gregor. Die Flugzeuge haben wir von den letzten Jahren gezwang. Vielen Dank.